Gut gemacht, Commander. Ich glaube, das war der Letzte. Fletcher, ich habe den Notruf lokalisiert. Endlich. Sollen wir uns auf den Weg machen, Commander? Ich denke schon. Kai, ist alles okay? Mir geht's gut. Es gibt niemanden, mit dem ich lieber die Aliens bekämpfen würde. Aber... Ich glaube, das war der Letzte.